Wissen sie die Antwort? Zu welcher Form von Tests gehört diese Frage? a formativer Test, b objektiver Test, c summativer Test, d subjektiver Test. Sie können bei dieser Art von Frage nur aus den gegebenen Antwortmöglichkeiten wählen, also a, b, c oder d. Bei dieser Art von Frage gibt es eine eindeutig richtige Antwortmöglichkeit. In diesem Fall ist das die Antwortmöglichkeit b. Man nennt diese Form von Fragen objektive Testfragen oder häufig auch geschlossene Fragen, da man nur aus einer Menge von Lösungsmöglichkeiten wählen kann. Aus diesem Grund können Fragen dieser Art von einem Computer automatisiert ausgewertet werden. Dies ist bei einer subjektiven Testfrage in dieser Art nicht möglich. Mit subjektiven Testfragen sind Fragen gemeint, bei denen TeilnehmerInnen eine Antwort frei formulieren können. Subjektive Testfragen werden auch als offene Fragen bezeichnet. Ein Beispiel für eine subjektive Testfrage wäre diese hier. Sie haben den Begriff Theorie kennengelernt. Beschreiben Sie diesen Begriff in eigenen Worten. Es gibt hier keine eindeutig richtige Antwort, sondern unzählige Varianten einer richtigen Lösung. Aber kommen wir noch einmal zurück zu den objektiven Testfragen. Diese Art von Frage setzt sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Diese Bausteine sehen wir uns anhand einer Single-Choice-Frage an. Das ist eine Frage, in der eine von mehreren Antwortmöglichkeiten die richtige ist. Beginnen wir zunächst mit dem Stamm einer Single-Choice-Frage. Der Stamm ist der Fragentext. Nach diesem folgen die verschiedenen Optionen. Damit sind die Auswahlmöglichkeiten A, B, C und D gemein. Unter diesen Optionen gibt es nun eine richtige und drei falsche Optionen. Eine korrekte Option wird als Key bezeichnet. Eine inkorrekte Option nennt man Distraktor. Womöglich denken Sie sich jetzt, dass man mit dieser Art von Fragen nur reines Faktenwissen prüfen kann. Immerhin müssen Kandidatinnen nur Korrektes wiedererkennen und auswählen. Das stimmt aber nicht. Sie können verschiedenste Dimensionen des Lernens auch mit geschlossenen Fragetypen bei Ihren TeilnehmerInnen überprüfen. Wie das funktioniert, zeige ich Ihnen anhand von Benjamin Blooms Taxonomie der Lernziele. Das ist eine hierarchische Klassifikation von verschiedenen Lernzielen. Dazu gehören folgende Stufen. Wissen, Verstehen, Anwenden, Analysieren, Erstellen und Evaluieren. Ich werde Ihnen die einzelnen Taxonomiestufen jeweils anhand eines konkreten Beispiels erklären. Beginnen wir mit der Stufe Wissen. Damit ist das Abrufen von Fachbegriffen, Fakten, Theorien oder auch Kriterien gemeint. Ein Beispiel für die Taxonomiestufe Wissen wäre diese Frage hier. Wie werden magnetische Pole üblicherweise bezeichnet? Nord und Ost? Süd und West? Ost und West oder Nord und Süd? In dieser Aufgabe wird von den TeilnehmerInnen erwartet, dass sie sich an die richtige Bezeichnung von magnetischen Polen erinnern. Stellen Sie solche Fragen, wenn Sie möchten, dass sich die TeilnehmerInnen an etwas erinnern sollen oder etwas wiedererkennen müssen. Die nächste Taxonomiestufe ist Verstehen. Bei dieser Art von Fragen sollen die TeilnehmerInnen demonstrieren, dass sie Fakten oder Ideen verstanden haben. Das kann zum Beispiel durch Interpretieren, Übersetzen oder dem Erkennen einer Kernaussage erfolgen. Dazu wiederum ein Beispiel. Welchen Zweck verfolgt eine Gruppe von WissenschaftlerInnen, die eine Taxonomie von Lernzielen erstellen? In dieser Aufgabe müssen die TeilnehmerInnen den Begriff Taxonomie in das Wort Klassifikation übersetzen. Es wird also erwartet, dass die TeilnehmerInnen einen abstrakten Begriff in einen weniger abstrakten Begriff überführen. Sie zeigen damit, dass sie verstanden haben, woran die WissenschaftlerInnen arbeiten. Wie bereits gesagt, sind die Taxonomiestufen hierarchisch geordnet. Aber warum ist das eigentlich so? Ich erkläre das am besten anhand der dritten Taxonomiestufe, dem Anwenden. Das Anwenden von Wissen setzt voraus, dass ich mir Wissen gemerkt und auch verstanden habe. Das bedeutet, dass die beiden Taxonomiestufen Wissen und Verstehen eine Voraussetzung für das Anwenden darstellen. Das Anwenden von Wissen geht also einen Schritt weiter als das Verstehen von Wissen. Aber wie weiß ich nun, ob ich mit einer Frage das Verstehen oder das Anwenden von Wissen überprüfe? Damit wir die Unterscheidung dieser beiden Taxonomiestufen besser nachvollziehen können, gehe ich noch einmal auf das vorherige Beispiel ein. In dieser Aufgabe wird von den TeilnehmerInnen erwartet, dass sie einen abstrakten Begriff in einen weniger abstrakten Begriff übersetzen. TeilnehmerInnen demonstrieren hier das Wissen auf eine spezifische Art und Weise. Um die richtige Lösung zu ermitteln, müssen sie verstehen, dass eine Taxonomie ein Modell zur Klassifikation ist. Diese Information muss den TeilnehmerInnen also bekannt sein. Sehen wir uns nun zum Vergleich diese Aufgabe an. Welches der folgenden Gedächtnissysteme wird beim Stimmen eines Pianos hauptsächlich beansprucht? Nehmen wir an, die TeilnehmerInnen kennen nur die Definitionen dieser Gedächtnissysteme. Könnten sie hier durch Übersetzen, Interpretieren oder Vorhersagen auf die richtige Lösung kommen? Nein, hier müssen die TeilnehmerInnen das Wissen zu den verschiedenen Gedächtnissystemen anwenden. Die Aufrechterhaltung der auditiven Wahrnehmung für wenige Sekunden wird als echoisches Gedächtnis bezeichnet. Dieses wird beim Stimmen des Pianos hauptsächlich gebraucht. Es wird von den TeilnehmerInnen erwartet, dass sie das Konzept des echoischen Gedächtnisses in einer Art und Weise abstrahiert haben, sodass sie es in neuen Situationen umsetzen können. Die nächste Stufe ist das Analysieren. Mit Analysieren ist gemeint, dass man ein Material in seine Bestandteile zerlegt. Man schaut sich dann genauer an, wie diese Bestandteile zueinander in Beziehung stehen und wie sie organisiert sind. Aus der Beziehung oder Organisation der Teile können dann Schlüsse gezogen werden. Auch für die Taxonomiestufe Analysieren gibt es wieder ein Beispiel. Bei dieser Frage hören die TeilnehmerInnen eine Komposition von Johann Sebastian Bach und analysieren die Form der Komposition. Der große Vorteil von E-Assessment ist, dass Audio- oder auch Videodateien in die Prüfungsfragen eingebunden werden können. Kommen wir zur nächsten Stufe in Blooms Taxonomie, dem Erstellen. Mit Erstellen ist eine Zusammensetzung von Elementen zu einem neuen, Ganzen gemeint. Hier ist Kreativität gefragt, denn mit der Kombination der einzelnen Teile müssen TeilnehmerInnen etwas Neues herstellen. Es ist nicht einfach, eine geschlossene Prüfungsfrage für diese Taxonomiestufe zu erstellen. Obwohl es in diesem Video um geschlossene Fragen geht, sollten Sie hier eher offene Fragen in Betracht ziehen. Ein Beispiel für eine Prüfungsfrage für die Stufe Erstellen wäre diese hier. Fügen Sie drei Verse ein, um diese Strophe zu vervollständigen. Wer reitet zu spät durch Nacht und Wind? Mit dieser Aufgabe würden Sie die Fähigkeit prüfen, ein Gedicht zu schreiben. Denn TeilnehmerInnen könnte eine Gedichtzeile vorgegeben werden, zu der drei weitere Verse geschrieben werden müssen. Eine Stufe kommt noch und dann haben wir die gesamte Taxonomie von Bloom kennengelernt. Die letzte Stufe ist Evaluieren. Evaluieren heißt, dass man den Wert von Ideen, Lösungen oder Materialien bestimmt. Dabei müssen die TeilnehmerInnen gewisse Kriterien berücksichtigen. Ich zeige Ihnen ein Beispiel. Sie haben diese E-Mail erhalten. Wie gehen Sie vor? 1. Ich folge den Anweisungen und aktualisiere meine Daten. 2. Ich öffne die Seite und lese anschließend die Nutzungsbedingungen. 3. Ich antworte auf die E-Mail, um nach einer Servicenummer zu fragen. 4. Ich informiere mich, ob eine Aktualisierung wirklich notwendig ist. Gegeben ist eine E-Mail. Die TeilnehmerInnen lesen sich den Text der E-Mail aufmerksam durch. Anschließend müssen diese eine Entscheidung treffen, wie Sie mit einer solchen E-Mail weiter verfahren möchten. Die beste Entscheidung ist dabei die Antwortmöglichkeit B. Man sollte sich vorher informieren, ob eine Aktualisierung der Daten wirklich notwendig ist, bevor man weitere Schritte unternimmt. Wenn man genau hinsieht, fällt auf, dass man in der E-Mail nicht direkt angesprochen wird. Außerdem wird man dazu aufgefordert, auf einen Link zu klicken. Diese Aufforderung wird mit besonderem Nachdruck formuliert. Das sind alles Anzeichen für Phishing-Mails, mit denen Identitätsdiebstahl begangen wird. Die beste Entscheidung ist also, skeptisch zu bleiben und sich bei offiziellen Informationsquellen zu informieren. Sie sehen also, mit objektiven Testfragen können Sie auf verschiedenen Ebenen Wissen prüfen. Es stimmt also nicht, dass man mit geschlossenen Fragen nur Faktenwissen abprüfen kann. Sie können damit auch das Verstehen, Anwenden, Analysieren und Evaluieren testen. www.zuregen.de 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 www.zuregen.de